Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge Anno 1800 in der PS5 Version. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge dreht sich alles darum, den perfekten Einstieg ins Spielgeschehen zu schaffen. Ich zeige euch, wie ihr einer Pleite entgeht und von Anfang an schwarze Zahlen schreibt. Also wenn ihr Millionen scheffeln wollt, bleibt bis zum Ende dran. Bis gleich! Ja Leute, nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Wir steigen direkt ins Gameplay ein. Und zwar als allererstes würde ich sagen, dass ihr auf der PS3 gedrückt haltet und das Spiel einmal verlangsamt. Das ist der erste Schritt. Als nächsten Schritt schauen wir uns einmal die Karte an, wie sind die Gegebenheiten. Wir sehen schon hier, hätten wir dann Schwerindustrie im späteren Spielverlauf. Also wäre es hier nicht ratsam zu bauen am Anfang. Deswegen schauen wir uns die ganze Karte an. Von hier ist es etwas zu eng. Hier haben wir schön Platz zum Bauen und unser Dorf zu errichten. Deswegen werden wir wohl unseren Kontor hier hinziehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt den Kontor am Anfang schon versetzen. Theoretisch könntet ihr sogar zu einer anderen Insel rüberfahren und einen neuen Kontor setzen. Denn das Schiff hat auch Ressourcen geladen. Den hauen wir einmal hier hin. Machen wir ungefähr mittig, weil wir viel Platz für unser Dorf brauchen. Das passt soweit. Ich werde jetzt das Straßennetz ziehen. Werde das natürlich schneiden. Das müsst ihr euch nicht ansehen. Und dann werden wir weitermachen. Also bis bald. So Freunde, willkommen zurück. Die Straßen sind jetzt gesetzt. Als nächstes werden wir den Holzfäller setzen. Das ist erstmal der wichtigste Schritt, damit wir sofort Holz bekommen und direkt losbauen können. Ansonsten geht uns irgendwann das Material aus. Hier oben wird auf jeden Fall unser Industriezweig stehen. Weit weg vom Dorf. Dann können wir hier in die Spitze einmal einen Holzfäller packen. Ihr braucht da keine Angst haben, dass die Industrie so weit weg ist von eurem Dorf. Weil die müssen nicht den ganzen Weg zurücklegen, sondern immer nur bis zum nächsten Lager. Und alle Lager haben den gleichen Bestand. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, das weit weg zu bauen von eurem Dorf. Wir werden jetzt als nächstes hier mal ein Lagerhaus errichten. Relativ weit weg, damit der Holzfäller auch 100% erreicht und sehr effizient arbeiten kann. Und als nächstes werden wir natürlich den ganzen Strang bauen. Wir werden hier auch ein Sägewerk davor setzen. Jetzt kann er schon mal anfangen zu arbeiten. So, hier oben wird unsere Industrie entstehen. Hier in die Mitte packe ich immer mal unsere Lagerhäuser rein. Hier unten kommen die Industriegebäude und oben die langen Felder zum Beispiel, wie Kartoffelfelder und so weiter. Dann können von beiden Seiten auf jeden Fall die Lagerhäuser zugreifen. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt werden wir mal unser Dorf hier bauen. Das ist folgendermaßen. Hier passen genau zwei Häuser rein zwischen. Das heißt, von beiden Seiten haben sie Straßen. Und hier habe ich ungefähr elf Häuser entlang. So, wir fangen direkt an. Bauen uns erstes mal unsere Häuser auf. Und dann ganz wichtig, nicht vergessen auch den Marktplatz dann da rein zu setzen. Und hier etwas Platz lassen. Wir wählen uns einmal den Marktplatz aus, packen den inzwischen. Und bomben den Rest dann zu mit Häusern. Jetzt sehen wir schon, dass die Bedürfnisse steigen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich werde jetzt einige Videos über Anno machen und so weiter. Abonniert auf jeden Fall, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Lasst einen Daumen nach oben da und supportet mich ein bisschen. Da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Wir machen direkt weiter. Jetzt ist es so, dass ich hier noch etwas Platz lasse. Weil wir da noch eine Pinte hinbauen müssen. So, ihr fragt euch sicher, warum ich hier in der Mitte, also hier links kommen ja auch Dorfhäuser hin, warum ich hier in der Mitte eine Schneise freigelassen habe. Hier kommen die ganzen Spezialgebäude hin, wie zum Beispiel das Theater und der Zoo zum Beispiel. Oder auch die Kirche. Und die Kirche strahlt zum Beispiel zwölf Häuser weit ungefähr. Deswegen lasse ich immer, oder mache immer elf Häuser. Das heißt, das letzte Haus hier bekommt auch noch Glauben ab sozusagen und ist glücklich. Für mich ist das eigentlich das beste im Häusersystem bzw. Dorfsystem. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man richtig, richtig viel Kohle verdient. Als nächstes gehen wir in unser Flaggschiff und können auch hier schon mal die ganzen Sachen abholen. Die braucht er ja nicht. Zack, zack, und schicken ihn jetzt schon mal auf Reise. Der soll jetzt mal ein paar Inseln aufdecken, das ist relativ wichtig. Schicken ihn einmal hier in die Ecke und fahren dann alle Ecken ab, weil bei Anno ist es halt so, dass wir nicht nur eine Insel, also wir haben vielleicht eine Hauptinsel, müssen aber mehrere Inseln haben, weil wir nicht alle Ressourcen hier auf der Insel haben und deswegen müssen wir auf jeden Fall andere Inseln freischalten. So, als nächstes wachsen wir noch ein bisschen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr zu viele Häuser oder sowas habt. Bei Anno ist es wirklich so, dass ihr eine Menge Häuser braucht. Das werde ich euch gleich alles erklären. Denn das Allerwichtigste ist, dass alles im Verhältnis zueinander steht. Ihr müsst immer ein ordentlich ausgewogenes Verhältnis haben. So, wir sehen jetzt, dass hier die Fischerhütte freigeschaltet wurde. Das ist das nächste, was wir bauen. Dieses Bedürfnis befriedigen wir und so ist der ganze Spielverlauf bei Anno eigentlich. Wir vergrößern uns, um mehr Geld zu verdienen, müssen dann wiederum mehr Geld ausgeben, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist halt immer ein Tanz auf der Rasierklinge, sag ich mal. So, jetzt haben die ihre Fischerhütte, gehen jetzt hier hoch. Jetzt können wir das Spiel einmal beschleunigen, dass das alles mal ein bisschen schneller von der Hand geht. Genau, jetzt sind wir schon in einem Dorf. Jetzt werden wieder neue Sachen freigeschaltet. Jetzt wollen unsere Leute nämlich zum Beispiel Schnaps und Arbeitskleidung. Und ist... Nein, das ist noch nicht freigeschaltet. Ah, doch, ist schon freigeschaltet, habe ich gesehen. Da oben ist unsere Pinte, unser Wirt. Unser Wirtshaus. So ist das doch ganz gut. Jetzt schauen wir uns an, ob die auch alles mitbekommen. Gut, hier geht es schon wieder los. Ich mache das immer so, dass mein Marktplatz... Hier braucht jetzt keiner hin. Eine Reihe weiter brauchen wir wieder einmal den kompletten Strang. Das heißt, wir brauchen hier parallel wieder ein Wirtshaus auf und einen Marktplatz. Da ist der Marktplatz. Zack. Dann sind die schon mal zufrieden. Die wollen jetzt Arbeitskleidung und Schnaps haben. Dann bauen wir einmal hier den Schnapsstrang. Jetzt müsst ihr aufpassen. Und zwar ist es so, dass wenn die ein neues Bedürfnis haben, baut immer nur genau einen Strang. Baut da jetzt nicht drei Schnapsdestillen hin. Sonst habt ihr hinterher absolut den Überblick verloren. Und seid nur noch immer am Stellschrauben drehen, sag ich mal. So, als nächstes bauen wir hier unser Lagerhaus in die Mitte. Ihr seht jetzt von beiden Seiten können ja die Wagen rausfahren, können beide beliefern. Dann fängt er sofort an zu arbeiten. Dann bauen wir den nächsten Strang. Und wie gesagt, immer nur einen Strang. So, gehen einen runter, bauen wieder nur ein Gebäude. Jetzt kommt das, was ich immer falsch gemacht habe und was auch entscheidend wichtig ist. Ihr geht jetzt hier einmal auf das Lagerhaus. Seht jetzt hier unten eure Waren. Ihr seht Holz und so weiter. Und ihr müsst jetzt auf diese kleinen Pfeile hier achten. Wenn der Pfeil nach unten geht, dann nimmt die Ware ab. Wenn er grün nach oben geht, dann nimmt sie zu. Und wenn der Grau zur Seite steht, dann ist sie stabil. Das heißt, Fische nehmen zu. Ich brauche keine zweite Fischerhütte. Die brauche ich erst im Laufe des Spiels, wenn ich viel mehr Häuser habe. Der Bedarf steigt, dann steigt meine Industrie mit. Also baut hier nicht immer zehn Sachen und so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr müsst das zwar ein bisschen im Auge behalten, aber immer schön langsam mit der Industrie steigen. Ihr solltet immer viel mehr Steuereinnahmen als Industrie haben. Wenn ihr das schafft, dann werdet ihr auf jeden Fall schwarze Zahlen schreiben. Und jetzt zeige ich euch natürlich später noch, wie ihr richtig Geld neben den ganzen Steuereinnahmen verdient. Hier bauen wir jetzt nochmal ein paar Hütten hin. Die Kornkammern sind bis zum Bersten gefüllt. So, das geht jetzt runter. Um euch das einmal zu zeigen, habe ich jetzt ein bisschen zu viele Hütten mit Absicht gebaut. Wir gehen hier einmal drauf. Schauen uns das Ganze an, wie sich das entwickelt. Er sagt jetzt hier sogar noch, dass Schnaps stabil ist. Okay, dann brauchen wir noch nichts machen. Da seht ihr mal, wie viele Bauern ihr wirklich haben könnt. Und damit kein Missverhältnis entsteht. Die werden jetzt auch voll werden. 94%, 95%. Und dann klappt das schon. Relativ wichtig ist auch, dass ihr die Einwohneraufgaben erledigt. Dann geht ihr einfach da drauf. Dann auf dem Fadenkreuz, beziehungsweise Steuerkreuz, gehen wir ein nach links. Springen dann einmal da hin und müssen dann hier verschiedene Aufgaben lösen. Wie zum Beispiel eine Person oder so weiterfinden. Wie soll sie... Ah, diesmal ist es, glaube ich, ein streuner Hund. Genau, der kann ja auch in den Straßen rumlaufen. Mal schauen, ob wir den finden. Da sind sie schon. Jetzt haben wir die streunenden Hunde bekommen. Schauen uns einmal an, was wir dafür bekommen. Denn hier bekommen wir immer diese bestimmte Items, die wir ausrüsten können. Die können wir jetzt zum Beispiel im Schiff ausrüsten. Im Schadenfahr... Langsammlung war das. Müssen wir uns nochmal anschauen hier. Schadensverlangsammlung. Minus 40. Das ist ja nicht schlecht. Das ist schon mal ganz gut. Hier gibt es nämlich zum Beispiel auch Items, wo wir dann Gebäude bauen können. Das können wir jetzt noch nicht machen, aber das ist ein spezielles Gebäude. Das können wir zum Beispiel hier in die Mitte setzen. Das ist das Rathaus im späteren Verlauf, können dann diese Items da einfügen und alle Leute geben 30% mehr Steuern oder haben 30% mehr Arbeitskraft. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Oder wir können auch Gebäude damit versorgen. Dann werden die Gebäude günstiger und solche Sachen. Also diese Items immer im Auge behalten. Die werden euch sehr, sehr helfen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel... Ah genau, das passiert auch immer relativ am Anfang. Wir gehen einmal auf Verlangsammlung. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr habt 1000 Jahre Zeit. Ihr könnt jetzt ganz in Ruhe die Feuerwehr auswählen. Setzt euch die ungefähr in die Nähe. Wir können jetzt einmal hier oben hinsetzen. Jetzt müssen wir nur warten, bis sie ausrückt und bis sie einmal ausbildet. Keine Angst, sie wird nicht alles abbrennen. Das dauert relativ lange. Wir können das Ganze in Ruhe machen. Und selbst wenn jetzt einige Häuser den Flammen zum Opfer fallen, brauchen wir einfach nur draufklicken. Zwei Bretter bezahlen und können dieses Haus wieder aufbauen. Also das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Wir gehen jetzt wieder hier drauf. Ihr seht, jetzt ist die Feuerwehr schon fertig. Die rückt jetzt aus. Wir werden diesen Brand löschen. Wir können jetzt gleich noch auf Mobilisieren gehen. Dann schickt er nochmal ein paar Wagen hinterher. Ja, das lädt jetzt noch. Zack, jetzt können wir nochmal einen Wagen hinterher schicken. Jetzt werden die Flammen ganz easy gelöscht. Was richtig cool ist, theoretisch bräuchtet ihr nur eine Feuerwehr. Ihr könnt ja einfach da aufgehen, auf jedes Gebäude. Das ist sehr schön umgesetzt auf der Konsole. Und könnt dann X gedrückt halten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier drauf gehe, halte X gedrückt, kann ich dieses Gebäude wegziehen und irgendwo anders hinsetzen, wo ich das haben möchte. Ich muss das nicht immer extra abreißen. Und genauso könnt ihr das auch mit der Feuerwehr machen. Ihr reißt die weg. zieht die da hin, zum Beispiel wenn ihr oben Feuer ausbezieht, zieht die hier hin, platziert die, lasst die im Fertigladen und schon ist die Sache erledigt. Also immer cool bleiben, ruhig bleiben. Ihr seht da oben schon, dass unsere Bilanzierung jetzt absolut schon im positiven Bereich ist, weil wir schön langsam wachsen. Wir können uns das einmal spezifischer anschauen. Wir gehen darüber jetzt auf den Reiter Finanzen. Ihr seht Einkommen 428 plus und Ausgaben 335 minus. Da ergibt sich eine Bilanz aus 94 Dollar, die wir verdienen. Das können wir natürlich ins Unermessliche steigern. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu unserem Schiff. Jetzt zeige ich euch andere Einnahmen, die hier erzielt werden können. Und zwar sind hier überall so spezielle Inseln, wo Partner drauf sind. Das sind drei Stück an der Zahl. Mit denen könnt ihr sofort handeln. Der bietet mir zum Beispiel jetzt nur Sachen an, aber es gibt auch welche, die permanent Sachen kaufen. Es ist zum Beispiel immer einer dabei, der zum Beispiel Seife kauft. Also könnt ihr euch zum Beispiel komplett auf die Seifenvermarktung konzentrieren. Ihr könnt riesige Seifenanlagen bauen, dass ihr einen Überschuss produziert an Seife. Und in dem wiederum könnt ihr dann mit einem Schiff vollautomatisch, ich kann euch das einmal zeigen, wenn ihr das machen wollt. Dafür geht ihr einmal auf Dreieck. Dann haben wir hier die Verwaltung. Wir können dann hier Routen auswählen, Router einrichten, Handelsrouten. Dann haben wir hier oben, welche Insel wollt ihr. Dann gehen wir zum Beispiel auf unsere Insel, wo wir die Seife abholen wollen. Und haben dann hier die Insel, wo wir die Seife verkaufen wollen zum Beispiel. Wenn ihr das natürlich anbietet, gehen dann ein Reiter rüber. Und können jetzt hier Ware laden. Wir wollen, haben wir natürlich jetzt nicht da, aber wir wollen Seife verkaufen. Also laden wir hier Seife, entladen hier die Seife und bekommen dann permanent Geld. Jetzt kümmern wir uns eben mal um die Zeitung. Ganz wichtig, immer die Zeitung beeinflussen ins Positive. Wenn wir hier Minus haben, gehen wir auf der Playsee einmal auf Bearbeiten. Und können jetzt hier eine alternative Wahrheit auswählen. Konsumverhalten plus 5 ist immer gut. Ihr seht alles plus und können das jetzt veröffentlichen. Dadurch können wir unser Volk in eine Richtung bringen. Aber um den Gedanken einmal zu Ende zu bringen, wenn wir dann mit dem Schiff Handel treiben, dann machen wir ohne Ende Geld. Da oben ist zum Beispiel jetzt wieder einer freigeschaltet worden. Gehen wir einmal drauf. Der bietet Holz an und ihr könnt hier sogar alles verkaufen, was ihr wollt. Die Preise werden dann hinterher gezeigt, wie hoch diese Preise sind. Und dann könnt ihr da richtig, richtig Geld verdienen. Also das könnt ihr ins Unermessliche steigern. Ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel Seife verkauft, euer Volk hat ja auch das Bedürfnis, Seife zu konsumieren. Das heißt, ihr müsst ungefähr schauen. Ich sage mal, 50 Seife sollten immer im Lager sein. Das heißt, wir könnt hier auch einmal drauf gehen auf die Ware. Wir haben natürlich jetzt keine Seife. Wir machen das jetzt mal im Beispiel von Arbeiterkleidung. Da gehen wir einmal auf X drauf und sagen hier Mindestbestand. Es sollen immer mindestens, sagen wir mal, 50 Arbeitskleidungen da sein. Das heißt, wenn jetzt unser Schiff kommt und hier Ware abnimmt und wir haben 56, dann wird er nur sechs Arbeitskleidungen nehmen, beziehungsweise Seife nehmen und wird die dann verkaufen. Das heißt, ihr habt immer einen Bestand im Lager und so könnt ihr sicher sein, dass ihr immer versorgt seid mit allen. Und dann wird er das abgeben und dann werdet ihr auch richtig Geld verdienen. So, wir können jetzt hier weitermachen, können einmal ein Gebäude aufsteigen lassen. Jetzt werden wir neue Sachen freischalten. Machen wir noch ein zweites. Da oben sehen wir die Arbeiter. Das ist einmal mit der Gabel Bauern. Mit dem Hammer sind das unsere zufriedenen Arbeiter. Dann gibt es Handwerker, Ingenieure und dann auf jeden Fall Investoren als letzten Schritt. Jetzt sehen wir schon, Gebäude sind wieder freigeschaltet worden. So, jetzt ist es der Fall, dass wir, was freigeschaltet haben, eine komplett andere Bewohnergruppe. Ihr seht hier zufriedene Arbeiter, die haben andere Bedürfnisse, die wollen zum Beispiel Wurst haben. Hier seht ihr schon die Seife, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Um da hinzukommen, gehen wir einmal in unser Baumenü und können jetzt hier bei der Playstation auf R1 ein weiter auf Arbeiter gehen. Hier haben wir dann die ganzen Arbeitergeschichten. Wir werden natürlich wieder nur einen Strang bauen, wie gerade erklärt. Einmal werden wir hier unsere geliebte kesselfrische Fleischwurst installieren. Wenn ihr das aus Versehen mal weggedrückt habt und habt jetzt hier noch keine Gehege gebaut für die Tiere, geht ihr da wieder drauf. Geht dann auf das Steuerkreuz ein nach links und können jetzt hier nochmal die Felder neu setzen. Das ist gar kein Problem, das ist sehr schick gemacht. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir hier unser Schweinchengehege gebaut. Als nächstes bauen wir dann da drunter unsere Metzgerei. Dafür haben wir jetzt zu wenig Holz oder irgendwas. Ah, okay, genau. Wir brauchten nämlich Ziegel. Ziegel haben wir auch irgendwo hier am Start. Ein Ziegel ist zum Beispiel keine schmutzige Industrie, also können wir die zum Beispiel auch hier hin bauen. Genau, wir bauen natürlich wieder nur eine Ziegelgrube, weil das vollkommen reicht. Und dann müssen wir da natürlich ein Lagerhaus in die Nähe bauen, das können wir direkt hier dran flanschen. Jetzt wird er hier auf jeden Fall schon mal den Lehm reinpacken. Und gehen dann hier auf unsere Ziegelei, die können wir daneben packen oder davor. Das spielt keine Rolle. So, jetzt haben wir den Strang hier gebaut. Was würde passieren, wenn wir jetzt hier eine zweite bauen? Das ist das, was ich euch versimmelt lichen. Ihr seht da unten immer minus 10. Wir haben hier minus 10, die der hier macht. Das ist ja jetzt noch nicht so viel. Dann denkt ihr, ja, minus 20 ist auch nicht so viel. Aber wir haben oben nur plus 27. Das heißt, wir hätten nur noch plus 7. Und so verschuldet ihr euch halt krass. Ihr habt eine Riesenindustrie, weil ihr denkt, eure Bewohner brauchen das. Dadurch entstehen oben Schulden. Dadurch verliert ihr auch dann zum Beispiel Arbeiter da oben. Die Sachen werden ja nicht geschickt. Das ist ein absoluter Kreislauf, weil dann habt ihr viel zu viele Gebäude, wo viel zu wenig Arbeiter drin sind. Die produzieren nicht genug. Dann werden eure Leute noch unglücklicher. Es brechen euch wieder die nächsten Leute weg. Und dann habt ihr Riesenprobleme, weil hinterher sind da oben 5 verschiedene Volksgruppen, sag ich jetzt mal, die verschiedene Bedürfnisse haben und deswegen immer ganz langsam und in Ruhe wachsen. Ihr seht jetzt, wir haben 210 Bauern. Das ist relativ viel. Deswegen können wir hier einige aufwerten, weil wir 45 minus Arbeiter haben. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr im L2 drückt. Dann haben wir hier auch verschiedene Instrumente. Ihr habt einmal Bewegungssymbole, dann könnt ihr Sachen mit bewegen. Kopierwerkzeuge, dann könnt ihr natürlich Sachen kopieren, die ihr bauen wollt. Hier kann man mit Abreißen. Ausbauwerkzeug. Und hier könnt ihr alternative Blaupausen, also dass die Gebäude anders aussehen oder die Schiffe anders aussehen. Wir gehen aber jetzt einmal hier aufs Aufwerten. Können jetzt hier ganz entspannt alle Gebäude aufwerten, sodass wir wieder ein Plus sind. Wir machen mal ein bisschen mehr. Plus 25, das ist doch schon mal perfekt. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Zack, jetzt haben wir diesen Bohrer. Das weiß ich schon auswendig, dass der auf jeden Fall für die Lehmfabrik ist. Die haben wir jetzt gerade gebaut. Ich habe Optimierungsmöglichkeiten aufgetan, die du anbauen solltest. Genau, dann gehen wir einmal auf die Handelskammer. Die könnt ihr bauen, wenn ihr auf jeden Fall diese Geschichte hier effizienter geschalten wollt und die Items anwenden wollt. Die werden wir gleich einmal aufbauen. Die Handelskammer und das einmal durchspielen, damit ihr das genau seht. Aber das Wichtigste ist, dass wir dieses Gebäude einmal bauen. Wir müssen jetzt warten, bis wir fünf Ziegel haben. So, jetzt haben wir die fünf Ziegel. Jetzt geht das auch schon los. Lagerhäuser sind nicht so teuer. Da könnt ihr immer ordentlich bauen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr nicht genug Wagen habt. Das heißt, ihr habt genug Fertigungshäuser, sage ich jetzt mal, oder genug Industrie. Aber die Sachen werden nicht abgeholt und werden nicht transportiert. Das ist halt sehr ärgerlich. Ihr würdet immer mehr bauen, weil ihr denkt, dass es nicht reicht. Aber in Wirklichkeit werden die Waren nicht effizient verteilt. Also immer schön Lagerhäuser genügend bauen. Also genügend heißt, ihr seht, das Lagerhaus wird irgendwann ein Fragezeichen haben, ein Ausrufezeichen haben. Irgendwas stimmt hier nicht, dann geht ihr da drauf und seht dann, dass hier nicht genügend Transporte am Start sind. Deswegen baut ihr dann ein weiteres Lagerhaus. Das ist gar kein Problem. So, jetzt schauen wir uns das wieder an. Hier ist wieder ein Missverhältnis entstanden. Wir brauchen mehr Arbeiter, also lassen wir wieder einige Hütten aufsteigen. Das wiederum wird neue Bedürfnisse wecken. Genau. Jetzt gehen wir nochmal auf die Bedürfnisse der Bewohner ein. Ich gehe nochmal drauf. Ihr seht jetzt hier, einen Marktplatz wollen die. Die wollen Fische, also Nahrung. Die wollen Arbeitskleidung. Die wollen Wurst haben. Jetzt ist zum Beispiel Brot als nächstes frei geworden. Das werden wir mal einmal kurz bauen. Wieder den kompletten Strang. Dann ist es so, wenn ihr irgendwann mal einen zweiten Bäcker oder einen zweiten Brotstrang baut, dann solltet ihr den auch immer wieder komplett bauen. Sonst kommt ihr da komplett durcheinander. Und das will keiner. Das heißt, wenn ihr einen zweiten baut, baut ihr auch wieder ein Feld, eine Mühle und einen Bäcker. Hinterher könnt ihr damit ein bisschen spielen. Ihr könnt dann eine Mühle weniger bauen zum Beispiel. Und wenn es dann nicht reicht, könnt ihr die Effizienz der Mühle steigern. Je nachdem, wie ihr das wollt. In dem Spiel ist es so, dass wir auch zum Beispiel Blaupausen bauen können, wenn wir gar die Materialien nicht haben. Hier sind es in dem Fall wieder Ziegel. Ich zeige euch das einmal hier an dem Ziegelhaus. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht genug Leben habe, kann ich sagen, ich drücke einmal Viereck und kann hier die Effizienz dann mit Steuerkreuz steigern. Ihr seht, die Zufriedenheit unten von der Bevölkerung geht etwas runter, weil die Arbeitslast höher wird. Aber so kann ich das halt auch regeln. So, ich werde jetzt hier einmal einen Schnitt machen, bis ich zehn Ziegel habe. Aber eins bleibt noch zu sagen, bitte abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Dieses Abonnement ist absolut kostenlos und dient nur dazu, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn ihr Abonnenten seid, dass ich Videos hochgeladen habe. Und könnt dann oder verpasst dann kein Video mehr. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar, würde ich mich drüber freuen. Vielen, vielen Dank im Voraus. Also bis gleich. So, Freunde, die Bäckerhütte habe ich jetzt gerade schon gebaut. Hier haben wir unseren Bäcker, der legt direkt los. Und jetzt bauen wir dann einmal hier unsere Handelskammer auf. Die bauen wir relativ nah an die Gebäude, weil die einen Umkreis hat. Ihr seht schon den grünen Kreis da. Und können jetzt hier sagen, wir bauen dieses Item ein, beeinflusst alle Lehmgruben, bla 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 bla, Zement und Bohrtürme. Zack, wir packen das jetzt hier rein und jetzt haben wir die positiven Effekte. 25% mehr Produktivität und die Wartungskosten. Plus 25. Das hat jetzt einen positiven Einfluss hier auf die Lehmgrube. Und da können wir bis zu drei Items reinpacken. Ja, soweit so gut. Ihr seht immer noch alles im Plus oben. Wir können jetzt nochmal ein paar Leute nachbauen. Und dann werden wir auch dann schon eine Kirche errichten. So, Freunde, ich habe das noch einmal korrigiert. Ich hatte das nämlich eigentlich genau ausgerechnet. Jetzt seht ihr hier vier Häuser und hier auch vier. Das ist ja viel besser. Oder vier Blocks, ne? Das passt ja richtig ideal, wie ihr seht. Das werde ich hier auch nochmal ändern. Das muss ja auch alles immer schön sein. Der Monk in mir muss auch befriedigt werden. Zack, zack. Ihr seht, wie schön das geht hier mit dem Modul, dass ihr die Sachen einfach ziehen könnt. So, und jetzt kann das schön wachsen. Am Ende werde ich euch zeigen, wo dieses Dorf hinführen kann. Ich werde zeigen, wie weit ich gekommen bin. Also bis Investoren bin ich jetzt schon. Das könnt ihr dann gleich mal sehen, wie extrem geil dieses Dorf sich entwickelt hat. Freut euch drauf. Auf jeden Fall das Video bis zum Ende gucken. Die Feuerwehr können wir einmal hier hinziehen. So. Als nächstes können wir jetzt mal die Kirche bauen. Ihr seht hier, die Kirche können wir hier in die Mitte packen. Dafür brauchen wir 25 Ziegel. Das werde ich natürlich wieder schneiden, bis wir genau 25 haben. Können wir aber schon mal hier reinpacken. Ihr seht jetzt schon, dass hier alles blau ist. Sogar bis zum letzten Haus ist alles blau. Und deswegen haben wir diese Schneise hier in der Mitte. Und auch nach links im Elfhäuser wird auch alles blau sein. Das heißt, ihr braucht nur eine Kirche. Weil ihr brecht euch einen ab, wenn ihr das Haus irgendwie frei handbaut. Dann baut ihr da in der Mitte eine Kirche. Dann baut ihr noch eine Kirche. Das ist einfach absolut uneffizient. Und ich liebe es, wenn etwas absolut effizient funktioniert. Und das tut es. In der Zwischenzeit bis 25 Ziegel kann ich euch ja einmal erklären, was das mit der Diplomatie auf sich hat. Und ein bisschen was erklären zum Menü hier. Hier haben wir einmal die Routen. Da habt ihr ja schon gesehen, dass man da auf jeden Fall mit handeln kann. Wir gehen einmal drauf. Nehmen wir die Route, die wir hier schon hatten. Und dann ist es so, wenn wir zum Beispiel zwei Inseln haben. Das werden wir jetzt hier einmal ändern. Wir entfernen das mal einmal. Machen eine neue Route. Handelsrouten heißt nicht nur Handelsrouten. Sondern ihr könnt auch Waren verschiffen. Weil ihr habt ja nicht immer alles auf einer Insel. Das heißt, ihr habt eine gewisse Ware, die eure Leute irgendwann wollen. Zum Beispiel auf dieser Insel hier. Also ich nehme jetzt mal das als Beispiel. Wenn wir jetzt schon zwei Insel hätten. Und das wäre unsere zweite Insel. Dann wählen wir die beiden Sachen halt aus. Gehen hier einmal drauf. Okay. Dann nennen wir das hier als Beispiel wieder. Wir sagen jetzt, das ist beides unserer Kopf. Unser Kopf, nur zwei verschiedene Inseln. Dann gehen wir einen nach rechts. Und sagen dann, welche Waren wir von A nach B verschieben wollen. Die werden das dann in den Kontor reinpacken. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal Kaffee. Haben wir hier nicht. Oder spezielle Erze von einer Insel. Nehmt ihr das Erz dann auf und bringt das zu unserer Hauptinsel. Und so könnt ihr dann diese Handelsrouten bzw. die Routen machen, dass ihr Materialien von einer zur anderen Insel bringt. Das ist ganz entspannt. So, dann gehen wir das Menü mal weiter durch. Wir haben dann hier unsere Statistik. Da seht ihr halt immer alles Wichtige. Ihr seht hier die Produktion. Ob da auch ein Missverhältnis ist oder ob die positiv ist. Hier seht ihr das Lager. Hier seht ihr wieder diese Pfeile, die ich gerade gesagt habe. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass Ziegel steigen. Dass auch Fleischwurst steigt. Also hier haben wir kein Problem. Da sollten wir öfters mal reingehen, wenn wir unser Dorf vergrößern. Weil sobald der Pfeil rot nach unten ist, müssen wir schauen, oh hier müssen wir nachbessern. Sonst wird irgendwann die Ware weg sein und euch die Arbeiter wegbrechen. Deswegen öfters mal reinschauen. Hier haben wir unsere Finanzen. Wir sehen oben bleibt 126 unterm Strich über Bevölkerung und Items, die wir gerade besitzen. Dann als nächstes haben wir hier Inselanteile. Hier können wir Inselanteile kaufen. Das ist aber erst im späteren Verlauf. Inselinformation. Da können wir ja mal drauf gehen. Hier sehen wir, wählen sie die Ware aus, bla bla bla. Hier sehen wir das Arbeitspensum, was hier ist. Attraktivität der Insel. Das brauchen wir hinterher, wenn wir Leute bekommen, die sich die Insel anschauen. Das heißt, es ist ein spezieller Hafen, wo dann Leute sozusagen Urlaub machen können auf unserer Insel. Genau. Dann als nächstes haben wir hier den Einfluss, den wir gerade haben. Expeditionen. Das können wir später freischalten. Dann kommen wir sogar auf eine ganz neue Karte, wo wir spezielle Waren kriegen. Ich will nicht spoilern, aber seid überrascht. Dann haben wir hier die Zeitungen, die wir immer beeinflussen müssen. Dann sehen wir die verschiedenen Zeitungen, die wir schon beeinflusst haben. In dem Fall ist es halt nur eine bis jetzt. Und hier haben wir Diplomatie. Diplomatie ist auch recht wichtig oder ein sehr wichtiges Menü. Wir können jetzt hier auf die verschiedenen Leute, die wir schon freigeschaltet haben, beziehungsweise Inseln, die wir freigelegt haben, einmal drauf gehen. Sehen jetzt hier verschiedene Bältchen oder verschiedene Button, auf die wir gehen können. Und sehen da, der Erfolg, sich einzuschmeicheln, ist leicht erhöht. Leicht erhöht ist immer nicht so gut. Wahrscheinlich ist immer eine sichere Bank. Hier seht ihr ihn nahezu sicher. Ihr seht rechts den Ruf. Der steht bei 50. Wenn ich jetzt eine kleine Geldspende mache, habe ich hier 52 und kann jetzt hier den Krieg erklären. Ich kann einen Nicht-Angriffspakt unterschreiben. Dafür muss ich aber bezahlen bei der guten Frau. Machen wir aber nicht. Wir haben ja auch Handelsrecht. Wir können also mit den Leuten auch handeln. Das ist natürlich erst, wenn der Ruf denen entsprechend gestiegen ist. Wir können ja auch kleine Aufgaben für die Leute errichten. Damit können wir auch einiges an Geld verdienen. Also manche Aufträge geben so 25.000. Also wenn ihr meine Miesen seid, macht einfach ein paar Aufträge für die anderen KI-Gegner. Und dann kommt ihr wieder raus. Aber wenn ihr meine ganzen Tipps hier beherzigt, dann werdet ihr ja nie in die Miesen kommen. So, wir haben jetzt da 27 Ziegel. Dann gehen wir einmal drauf und bauen unsere Kirche. Ihr seht jetzt, wenn ich hier draufgehe, die Straßen sind grün. Also bis hierhin kommt die Kirche noch an. Ihr seht jetzt da die Bedürfnisse, dass... Achso, ja, die brauchen ja Kirche. Stimmt. Darauf hätte ich jetzt nicht gewettet. Das geht jetzt auf jeden Fall, wird noch grün werden. Ihr seht unten, die Kirche ist komplett grün. So Freunde, ich hoffe, das war ein gelungener Einstieg. Ich werde euch jetzt nochmal zeigen, wo dieses Dorf hier hinführen kann. Genau mit diesem Aufbau, genau mit dieser Karte, was ihr damit erreichen könnt. Ich werde jetzt einmal den Spielstand laden und wir sehen uns dann gleich. So Freunde, also da kann es irgendwann mal hinführen. Ihr seht, ich habe hier links auch das Dorf zugebaut. Ich habe das genauso gebaut, wie ich das immer mache. Hier fährt schon mal die Tuftuf-Eisenbahn. Hier ist unsere Kirche wieder. Ihr seht jetzt, hier haben wir schon ein bisschen fettere Gebäude. Hier haben wir auch Investoren schon am Start. Das ist die letzte Stufe, die man hat. Ihr seht oben alles im grünen Bereich. Wir haben mittlerweile 7.000 plus. Also kommt da richtig Kohle rein. Wir haben eine Menge ausgegeben. 1,31 Millionen haben wir nur. Wir hatten mal 4 Millionen. Ihr seht, dass sie richtig gut gewachsen ist, hier die Straße. Ja, jetzt sind auch schon Schiffe unter Beschuss und so weiter. Und ihr seht, ich habe es genauso gebaut, wie ihr das gerade gesehen habt. Gut, hier habe ich auch noch jetzt ein bisschen ausgebaut, weil das hier voll geworden ist. Ihr seht jetzt, hier haben wir einige Lagerhäuser. Hier ist unsere ganze Industrie drunter. Alles schön im Verhältnis langsam gewachsen. Und ihr seht jetzt hier die ganze Schwerindustrie, schön weit weg vom Dorf. Rückt natürlich immer näher dran, weil die Insel langsam eng wird. Aber ihr seht, hier ist alles im grünen Bereich. Die Leute freuen sich ihres Lebens. Ihr seht jetzt, hier ist alles wunderbar grün. Und auch die sind alle zufrieden, alle Bedürfnisse sind gestillt. Und wenn ihr auch mal hier hinkommen wollt und so eine gut funktionierende Insel haben wollt, sage ich jetzt mal, dann solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Denn ich werde die Insel, die wir gerade gesehen haben, die alte Insel, die werde ich mit euch weiterspielen. Wir werden Schritt für Schritt immer den nächsten Schritt gehen, genau. Und werden dann auf jeden Fall irgendwann hier hinkommen. Das werden aber einige Videos werden. Also freut euch drauf. Auf jeden Fall ein bisschen unterstützen. Daumen nach oben, Abo. Und vielleicht ein paar Kommentare. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und den ganzen Support. Vielen Dank für die tausend Abonnenten, die ich endlich geschafft habe. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen monetarisiert. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung nochmal. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich sage Adios, Amigos.